Was wäre denn jetzt mein Follow-up zu den multiplen wunderbaren Vorträgen heute Abend? Und das Beste ist tatsächlich, ihr müsst nicht zwei, sondern drei Ausstellungen besuchen und das ist eben auch meine, die ist auf Schloss Wachsenfeld, die nennt sich Kreative Köpfe, das ist ein bisschen verzarrt, aber egal, okay. Das hier ist so, wenn ihr in den Eingangsbereich kommt, seht ihr dieses wunderschöne Zitat und dieses Porträt von Karim Bidot, das ist ein Tänzer aus Schwäbisch Gmünd, den habe ich porträtieren dürfen für diese Ausstellung. Da habe ich insgesamt 45 kreative Künstler, Musiker aus dem Ostalbkreis porträtiert. Das Ganze begann so, dass ich halt eben nach langer Abwesenheit, insgesamt 17 Jahre aus Schwäbisch Gmünd und meiner Heimat eben zurückgekommen bin und bemerkt habe, was für kreative Vielfalt hier vorhanden ist. Und ja, das war so dieser Moment. Genau vor einer Woche stand ich auf einmal da und neben Herrn Innenminister Strohbe und Herrn Rentscher und Herrn Pavel und auf einmal hat er das goldene Buch direkt neben mir signiert. Und ich dachte mir so, was passiert hier eigentlich gerade? Das war wie so ein suggeriler Film. Dann durfte ich auch noch diesen Menschen mein Buch überreichen. Das ist der Ausstellungskatalog zur Ausstellung, die eben auf Schloss Wachsenfeld jetzt zu sehen ist. Übrigens morgen öffnen sie um 13 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Also wer noch nichts vorhat, auch am Wochenende. Ich durfte mich dann auch noch mal überzeugen, dass es tatsächlich passiert war, als es am nächsten Morgen in der Zeitung sogar kam. Also zunächst dachte ich, das ist eigentlich nur so ein Traum, der nicht wirklich wahr ist. Aber dann war es auch in der Zeitung und da dachte ich, nee, das ist tatsächlich passiert. Dieser Abend hat stattgefunden. Und es waren auch zum Beispiel Michael Gäth da, der ist gekommen aus Stuttgart. Den habe ich auch porträtiert im Laufe der letzten fünf Jahre. Da habe ich das Projekt begonnen im Januar 2016 unter Flex. Und das eben in Zeiten von Corona zu wuppen. Darauf war ich dann schon mächtig stolz, dass wir da so eine Vernissage haben konnten. Eine relativ kleine, ne ja, 100 Leute. Es ist schon gut, ja, aber wir müssen uns tatsächlich begrenzen, weil halt doch, glaube ich, sonst einige mehr Leute gekommen wären. Das sind so Eindrücke jetzt aus der Ausstellung, wie sie da hängen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen was erzählen, wie es begonnen hat. Ich bin, wie gesagt, zurückgekommen vor fünf Jahren. Ich war 17 Jahre lang weg aus meiner Heimat, davon elf Jahre in den USA. Ich kannte niemanden mehr, wirklich keine Sau. Ich war hier völlig alone, bin Fotografin, habe viel Erfahrung und dachte mir, ich muss was tun. Ich muss anfangen, ein Projekt zu machen. Auch wenn ich keine Aufträge habe, aber irgendwie muss ich anfangen zu fotografieren. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und den Mick Baumeister aus Schwäbisch Gmünd gefragt. Da wohnte ich auch zunächst wieder, das ist ein Filmkomponist. Und bei dem hätte ich eigentlich Klavierunterricht nehmen sollen und habe mich aber nie getraut gehabt, ihn zu fragen damals. Ja, aber ich habe mich dann wenigstens getraut, ihn zu fragen, ob ich ihn porträtieren darf. Das ist dann auch passiert. Das war der Mick, das ist Norma Karim, den ihr schon zum Eingang gesehen habt. Das ist Yongsa Sommer, eine Künstlerin aus Korea ursprünglich, die lebt jetzt auch in Schwäbisch Gmünd. Das Ganze basiert, wie gesagt, auf dieser Idee. Ich wollte diese ganzen kreativen Menschen, die unsere Heimat, den Ostalbkreis ausmachen, die ihn prägen, die ihn voranbringen. Mein Owe Renz, Dirigent der Jugend Philharmonie Ostwürttemberg, ursprünglich aus Ahlen, lebt jetzt in Salzburg, pendelt so hin und her. Ich lasse das jetzt einfach mal so weiterlaufen und kommentiere es nebenher. Wie gesagt, vor einer Woche haben mich die beiden Damen, die Gerburg und die Karin, sozusagen gefragt, möchte sie nicht sprechen. Deshalb ist es relativ spontan zusammengekommen. Elias Opferkuch, auch ein sehr junger Kreativer, der jetzt in Lübeck studiert und da so seinen Werdegang inzwischen sehr gut voranbringt. Eckhard Dietz, der leider nicht mehr unter uns ist, Bildhauer aus Schwäbisch Gmünd. Diese ganzen Porträts hängen, wie gesagt, 28 an der Zahl, sind sie auf Schloss Faxenfeld im Format 1,20 Meter auf 1,20 Meter. Kurzer Werbeblock hier, die sind auch käuflich erwerbbar, die Kunstdrucke in verschiedenen Formaten. Das wird dann auch auf dem Schloss, das ist übrigens die Jule Weibel. Kennt die jemand von euch zufällig aus Böbingen? Kennt jemand Crow? Das ist seine Schwester. Jule Weibel ist aber auch super kreativ, sie ist Designerin. Ja, Michael Gelt hatte ich ja vorhin schon gezeigt, den durfte ich auch dann mal in meinem Studio begrüßen. Was ich festgestellt habe, während ich porträtiert habe, war, dass es einfach eine irrsinnige Vielfalt gibt hier im Ostalbkreis. Und das wollte ich in einem Querschnitt zusammenfassen. Vincent Kling, Koch, der jetzt in Stuttgart ein wundervolles Restaurant hat. Ich könnte täglich weiter fotografieren, weil es hier so irrsinnig viele tolle Menschen gibt. Gerburg ist auch mit dabei. Wer sie sehen möchte, geht halt aufs Schloss Faxenfeld in die Ausstellung. Hier ist ein kleiner Einblick in den Ausstellungskatalog. Da hat auch jeder porträtiert, das muss ich dazu sagen, einen wunderbaren Text verfasst. Ich habe jedem zwei Fragen gestellt, nämlich warum tust du das, was du tust? Und inwiefern prägt dich unsere Region, der Ostalbkreis, in deinem Schaffen? Und die Antworten, die könnt ihr im Buch finden, im Buch lesen. Das wird unter anderem auch im Museumsshop, im Museum in Prediger in Schwäbisch Gmünd. Kann man es auch erwerben oder direkt bei mir. Wer da interessiert ist, kann sich gerne mehr informieren. Und zum Beispiel auch auf meiner, da fehlt noch eine Slide. Kommt. Ah, hier. Ja, super. Meine Website, mein Instagram-Account, die Kreative Köpfe-Website und der Kreative Köpfe-Instagram-Account. Ich danke euch allen ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Gerburg, dir Karin, dass ihr mich hier so ganz spontan eingeladen habt. Dankeschön. Vielen Dank.